Ja Hallöchen, Tagesmotivation von heute ist durchdringen. Sie müssen natürlich durchdrungen sein von dem was Sie tun wollen. Sie müssen so begeistern sein, dass jede einzelne Zelle durchdrungen ist. Und das sind natürlich ganz ganz wichtige Momente, denn wenn Sie durchdrungen sind, können Sie auch andere Menschen durchdringen. Dann wird Ihre Begeisterung auch entsprechend rübergebracht. Und das ist einfach das, was wir unbedingt brauchen. So viele Menschen sind nicht durchdrungen von dem was sie tun, ja. So viele Menschen machen halt irgendwas. Und wenn ich sie frage, wieso machst denn du das? Ja, ja, was soll ich denn sonst tun? Ich muss hier irgendwas arbeiten. Ich finde das ist einfach sehr sehr traurig, wenn man so eine Einstellung hat. Oder wieso bist du in der Ehe, wo du so unglücklich bist oder in dieser Partnerschaft? Naja, lieber diese Partnerschaft als gar keine Partnerschaft. Das ist immer noch besser. Ich finde das traurig, traurig, wenn wir unsere kostbare Lebenszeit letztlich so vergeuden, so verschleudern. Das sollten wir ganz einfach nie mehr tun. Wir sollten einfach zu uns stehen und wir sollten wirklich komplett durchdrungen sein von dem, was wir wollen. Und damit können wir auch den Markt durchdringen. Und das ist einfach sehr sehr wichtig. Denn was nützen die besten Produkte, die besten Dienstleistungen, wenn es keiner weiss? Und darum ist eine wirklich grosse Marktdurchdringung etwas vom aller aller wichtigsten. Nur das gibt es natürlich nicht zum Nulltarif. Da muss man schon alles einsetzen. Es geht hier um den Social Media Bereich. Ich muss es kommunizieren. Es gibt noch viele, viele weitere Kanäle. Darum, wenn Sie ein Produkt haben, wo Sie gerne den Markt durchdringen möchten, können Sie sich auch gerne an uns wenden. Wir sind auch hier Marketing Spezialist für Einzelpersonen und für Firmen, damit das entsprechend den Markt durchdringt. Und damit Sie auch endlich den Erfolg haben, von dem Sie schon immer geträumt haben. Und das ist einfach Ihr gutes Recht, endlich den Markt so zu durchdringen, dass Sie den Erfolg haben, den grossen Erfolg, den traumhaften Erfolg. Und für mich gibt es einfach nichts Schöneres, als das einfach wirklich zu erreichen. Ja, in diesem Sinne, alles Liebe, hohe Marktdurchdringung, machen Sie es gut. Tschüss, bye bye, Ihr Ernst Krammeri.